Die Firma Bischof blickt auf eine interessante Unternehmensentwicklung zurück, die im Laufe der Jahre eine spannende Wendung genommen hat. Ein Grund für den Erfolg sind die vielfältigen Talente, die in der Familie Bischof vertreten sind. Ein toller Mix aus Machern und kreativen, punktgenauen, gewissenhaften und zusammenbringenden Menschen, die allesamt voller Energie sind. Ursprünglich starteten wir mit einem bis heute gepflegten Angebot an edlem Zigarrenzubehör. Über die Jahre hinweg kam zusätzlich ein großes Sortiment an Whisky hinzu. Dann folgten die ersten Zigarettenautomaten, über die sich das heutige Geschäftsfeld der Warnautomaten entwickelte. Heute versorgen wir unsere Kunden bis weit über die Landesgrenze hinaus mit passenden Automaten für die verschiedensten Produkte.